Die wohl größte Legende, ohne Spiel für den Verein, ich bin mir sicher, so wie er, wird wohl niemand jemals sein, vom Skitrainer zum Physiotherapeuten, direkt in die Herzen von ein paar hunderttausend Leuten, mit dem Koffer in der Hand sehe ich ihn laufend da oben, danke Burschi und am Ende wird der Daumen gehoben, denn du bleibst für immer unser bester Mann, den niemand jemals ersetzen kann. Er hat das Profidebüt für das Kleeblatt gemacht, dann bei Bielefeld und Schalke seine Gegner bewacht, in Hamburg fünf Jahre und zwar schwere verbracht, doch zur Kultfigur hat's hier nicht jeder geschafft, kassierte für den Einsatz, im Endeffekt auf Thron, dabei stand er für die Raute und Identifikation, ihm gebührt alleine schon für seine Menschlichkeit der Thron, eins, zwei, drei, vier, ja ihr kennt diese Person. Die Definition von große Fresse, viel dahinter, von Malmö zu Ajax, Juventus zu Inter, von Barca zu Mailand, von dazu PSG, folgers durch Europa fast so wie der TGW, von Manchester United in die Vereinigten Staaten zurück zu Mailand, auf die Rente darf man weiterhin warten, für das enfant terrible Spektakel in Person, einen der größten Entertainer dieser Fußball-Generation. Bei all den Erfolgen klingt es seltsam, das ist klar, er ist der Einzige, der beim HSV je Weltfußballer war, konnte in des Gegners Strafraum wirklich immer was bewegen, ist dazu noch auf Platz 10 der deutschen Single-Charts gewesen. Zwei Millionen Mark für einen Spielertransfer, wie krass das damals war, erinnert niemand heute mehr, hat für uns nur 90 Spieler auf dem Rasen absolviert, doch nebenbei im halben Land noch seinen Namen etabliert. Der vielleicht wichtigste Treffer der Bundesrepublik, die Wiederauferstehung eines Sportes nach dem Krieg, aus dem Hintergrund geschossen, zur Legende der Nation, der Titel 54, im Endeffekt der Lohn, sein Name steht für Ausschauung einer ganzen Region, in den Geschichtsbüchern für immer mehr als Information, doch trotz Musicals und Filmen wird er viel zu oft vergessen, der Wundermacher von Bern, der Boss aus Essen. Aus der Aachener Jugend in den Profibereich, nach Gelsenkirchen und Perleihe in den Fokus bei Mainz, Intermezzo auf der Insel, dann zu seinem HSV, den Verein trägt er im Herzen, ja, das weiß ich ganz genau, 5 Jahre, sportlich nicht nur leichtes erlebt, auch nach dem Abstieg geblieben, sicher kein einfacher Weg, doch du wirst deinen eigenen auch weiterhin gehen, du bist ein Hurricane-Jung, das kann keiner dir nehmen.